m was kann ich tun was kann ich jetzt doch schön Leute Jo eben doch erstmal was mache ich hier fragt ihr euch? naja einfach ich überlege gerade was meine neuen Projekte sein könnten weil wir vielleicht sind zwei Projekte jetzt vorbei also du hast Levels und wenn du da drüben kannst ich dem Ende so mir fehlt einfach nichts denn was kannst du machen das ist rein jetzt von beim Equip was du hast rein möglich naja das ist kaputt und ich hab den ganzen Mist ich hab den ganzen Mist das ist vielleicht in Fragen kommen könnte und was nicht aber sind wir so viel jetzt hatte ich auch eine Zeit bedenkt natürlich also und wie gestaltest du die Sache? denn das ist eine Frage die ich mich die ganze Zeit stellen wie gestaltest du die Sache? also ich hab überlebt ob du jetzt mal bitte ein bisschen mit Nintendo weiter machst so aber da hat mir meine gesagt Nintendo spielen wirklich sehr viele jetzt müsste man dann die Abwechslung schaffen und ich 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 merke so in euren Augen in euren Arsch gemerkt hat ihr denkt richtig ich überlegen jetzt vielleicht Playstation oder Playstation die Let's Play oder Playstation die Let's Play mhm ich weiß was ihr gerade denkt WTF was macht er warum Playstation ja eigentlich Nintendo hat ja eigentlich hier gespielt der Nintendo jetzt Play findest du überall da ist sie so um ein Nintendo LPs und schon findest du überall von jedem deswegen hab ich überlebt gut Sony hat oft geklaut von Nintendo aber nicht bei den Spielen die Spiele haben einen einzelnen ganz einfachen eigenen Stil ja und deswegen werden in Zukunft auch ein paar öfter Playstation zwei Spielerinnen zwischen Einzelböcher und drei Spiele vorgekommen also könnt ihr euch schon mal auf was freuen ich werde ein wunderbares Spiel spielen das seht ihr hier in der Ecke da ist ein Bild von dem Spiel einfach mal auflegen und ja einfach mal gucken wie es euch gefällt natürlich ist es nur das das kleine Opening ist jetzt nicht der zu spielen einfach mal aufgucken und dann einfach mal ein bisschen freuen jo dann habt ihr offensichtlich ja offensichtlich gemerkt dass ich bei den 200 Abonnenten mh ziemlich nachkommen 183 genau zu sein hab ich jetzt schon und meine 200 Abonnenten Special rückten langsam näher das Problem ist einfach nur es ist auch der Grund warum ich hier grad sitze und aus dem Notizblock in deinem Tage ich weiß nicht was ich für spielen soll was ich machen soll und ähm ich hab hier überlegt ob ich entweder eine Runde Battlefield spiele und das mit keinem aufnehmen ihr müsst wissen ich raste bei Battlefield ziemlich viel aus oder ob ja da kommen wir schon dazu mir fehlt kein ODA ein ist alles ein bisschen blöd jo also schreibt mir mal unten in den Kommentaren ob ihr mit diesem Battlefield Ausraster Cam Special zufrieden werdet also ob das auch eine gute Idee ist ähm ein FAQ wird es erst beim 300 Abonnenten Special geben und ähm ein Zimmerrumdgang würde sich bei mir nicht lohnen weil ihr kennt mein Zimmer bereits jetzt ähm das ist nicht groß deswegen also ähm ja ich könnte natürlich auch ein anderes Spiel spielen also was das ist weiß ich nicht genau aber halt so ein Battlefield Ding ist halt die erste Idee die ich habe ähm ja dann werde ich von manchen von euch gefragt ob ich mal eine Runde machen kann wie ich zocke ähm ob es also gegen mich zum Beispiel online und so alles wie vielleicht viele von euch wissen habe ich ein Problem mit meinem Internet mit meinem Wii Internet das nimmt es irgendwie nicht an meine Wii will nicht alles deswegen hängt ja auch das Super Smash Bros. Ballmatch zwischen euch und mir und Talent noch ein bisschen zurück aber ähm ja das wird schon alles umgehen klar irgendwann mal hoffentlich mal jetzt immer zu Mario Kartini ähm meinen Freundescode findet ihr einen Freundescode hab ich mich aufgeschissen oder was nein CODE findet ihr unten in der Beschreibung wieder mal in der Beschreibung oder hier eingeblendet da da so hier findet ihr eingeblendet das wo gerade mit Hand war so und ja dann habe ich alles so gesagt was nun eigentlich so wichtig ist nein noch nicht äh wie ihr euch anerkennt kann mein controller ein toller Playstation 3 Bruder immer die ganze Zeit gecreeched also im Moment als ich die bewegt habe und so alles das habe ich gelöst das Problem ist weg das Queech nicht mehr alles wunderbar und wie geht es vielleicht wenn er noch nicht geschützt hat benutze ich jetzt einen Logitech Werbung gemacht ich werde jetzt bezahlt wenn ich Partner wäre ja Queech nicht mehr alles wunderbar Top Qualität wieder mal vorhanden ahaha und jo also das war's ich muss mich noch weiter ansetzen ich muss mich noch weiter ansetzen und weiter Ideen sammeln ihr seid immer noch da mir passiert nichts mehr ich muss schreiben ich kann ausmachen tschüss ich kann ausけ